Ja, mach ich. Weiß nicht. Ja, wieder was in der Hand? Ne. Hier passiert auch nichts. Wow, ey, das ist cool. Das ist echt cool gemacht, so. Wir müssen tatsächlich zuerst schauen. So, welche Zimmer hatten wir? Da ist nur noch Mr. Boar, glaub ich. Hier. Mann, die Taubenfrau. Bringen Sie mir Mais. Was brauchen wir für irgendwas? Musik ist interessant. Okay, das sind wir nicht. Die Flasche. Die Flasche. Die Flasche. Und das war das Zimmer Nummer 5, ne? Zimmer Nummer 5. Okay, dann heißt das. Das Rätsel würde mir jetzt sagen, hier liegt erstmal nur was dahinter. Musik ist super laut für mich. Ein Stück Papier, das heißt aber... Neuer Zettel. Neuer Zettel. Ein Viereck ist eine 1 und ein Dreieck, das ist eine 2. Und dann ist dieser Kringel eine 8. Ein Viereck ist eine 1, ein Dreieck eine 2. Dreieck plus Dreieck plus Vierieck. Dreieck plus Vierieck sind 4, hä? Das minus das ist 2. So, ey. Ja, aber dann wäre ja 1 und 3. Ja, aber dann wäre ja 1 und 3. 4eck plus 3eck plus 3eck sind 5 oh mein gott ich habe das falsch berechnet das passt doch 3eck 2 4eck 1 oder 3eck 3 4eck 3 und 3eck jeweils 1 das macht mehr sinn weil dann heißt nämlich 3eck plus 4eck sind 4 dann ist die regel bestätigt dann haben wir für das 3 4eck 3 für das 3eck 1 hey kleiner käfer der darf wohl nicht hinkommen wir müssen den einbauen nee nein wir müssen den doch fangen oder ja okay dann läuft die hier lang alles klar ähm wie habe ich es jetzt gerade gemacht ja das geht nicht so du kleine käfer ja die waren wir ein schlüssel hier führen wir nicht müssen sind wir ein bisschen und hier ist ein schlüssel weiß wollte sie haben taube in braunbeersoße mit kartoffeln braunbeeren und kartoffeln müssen braunbeeren und kartoffeln braunbeeren und kartoffeln braunbeeren und kartoffeln blow ja guck Fischkäfel. So, das... Ah ja. Da ist noch ein Fehler drin. Da ist noch ein Fehler drin. Weil das Dreieck... Das Viereck nicht 1 ist, sondern 3. Und das... Nämlich 6. Und dann ist das die 8. Die jetzt Salz klappen. 8. 6. 1. 3. Wow. Wow. Ich weiß noch nicht zurecht. Und was hat's mit dem auf sich? Und vor allem... Sie will Mais. Können sie haben? Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel. 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 Ein Schlüssel. Einen Schlüssel. ein schlüssel irgendwas hat es noch mit dem hier auf sich was ist das links und rechts rechts ist ein leeres viereck links ein volles was hat es mit dem gehirn auf sich ich mache das nicht zum spaß kommt da noch mehr raus kommen da noch kartoffeln raus ok 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 wartet mal wartet mal ich schau mal auf das 1 2 3 ja das ist das bild noch ein schlüssel können wir das küken befreien und jetzt das küken ist jetzt unser sklave wir haben aber keine kartoffeln man was sind die kartoffeln ging gleich mal in die oder ist nur noch wildschwein da zimmer 5 zimmer 5 die schaube die flasche die flasche hier sind keine hier ist der weißwein schon ja kartoffeln habe ich leider keine hier müssen wir schon nochmal speedrun glaube ich das geben fast perfekt naja oh oh es wird schon wieder oh nein oh oh gott ich werde was die kartoffeln also für den weißwein müssen wir die taube töten für den rotwein den fast die fassaden frau was haben wir noch wildschwein wildschwein tomaten 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 so dann auf ins zimmer von mr wildschwein sir minus 1 würde mich noch interessieren wenn wir nicht in den keller können so ich meine das war es room 2 so zimmer 2 wildschwein zimmer 2 eine axt können wir nicht nehmen salat salat ne tomaten will er oder wollen wir was will er eigentlich was können wir für ihn tun machen sie mir ein sandwich natürlich natürlich so das ist wieder irgendwas wovon wir ein foto machen so foto macht wow wow wenn es wie wo 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 Boah, okay Also, wir wachen Links Links, Mitte Rechts Mitte Links Rechts Links, Mitte, Rechts Mitte, Links Links, Rechts Links Links, Mitte Rechts Mitte, Links Rechts, Rechts Links Ne, dann nochmal rechts Okay Mir aus Links Mitte, Mitte, Rechts Mitte, Links Rechts, Rechts Rechts Okay, dann wieder Links Mitte Rechts Rechts Ah Ein Schlüssel Ja, da brauchen wir schon mal das Foto dann gleich So Oh je, nein Nein Okay, das geht Normal dreht sich immer noch irgendwas anderes mit Und dann geht das einfach gar nicht mehr Okay, wir haben noch eine Kombination scheinbar So, wir haben einen Schlüssel Eine Opiumpfeife Ah, Opium Hier ein Schlüssel Zu dunkel Ja, die Bäume Ja, die Bäume Ja, die Bäume Ja, die Bäume Das ist das Affenrätsel Äh, ich mach das Na, nochmal perfekt Äh, das Spiel will ich perfekt Von dir, Mr. Ambassador Also, verehrter Herr Botschafter Unser gemeinsamer Freund hat mich über ihre Süchte und Ängste in Kenntnis gesetzt Ich lade sie an den Rusty Lake ein Damit sie sich bei der Therapie und Angeln etwas entspannen können Oh, achtungsvoll Mr. Owl Natürlich, Mr. Owl Da ist sie dunkel Warten wir mal da So, und ein weiteres Tor Oh Wie würde man das denn sonst anders machen? Äh, halt Ne, das ist falsch So, gehen wir hier hin Und was haben wir jetzt? Alle blauen Rechts So, hier brauchen wir zwei Nur Kann ich den einen wieder mitnehmen? Der muss auch hier hin, quasi Na, haben wir So, jetzt haben wir einen Hammer Eine Opium Pfeife Toilettenpapier Ich will ein Sandwich Können dir ein bisschen Opium Mein Bester Was machen wir mit dem Hammer? Gott What the fuck? Ich hab da scheiße auf das Sandwich gemacht Oh Okay, ich bin jetzt auch drauf Okay, das war laut Tut mir leid Tut mir leid Die wissen, was zu tun ist Ich steche ihn ab Ich bin jetzt auch drauf Okay, ich bin jetzt auch drauf Ich bin jetzt auch drauf äh hast du mir ein sandwich mit scheiße drauf hier ist ein kacke sandwich nur unfälle hier nein jetzt muss ich wieder jetzt ist fest hier hoppala ok die wildschweinrippchen tomaten ich weiß nicht woher wie die tomaten bekommen so ich muss mal nochmal einen zettel machen wir kriegen den weißwein den kriegen wir von der taube den rotwein von dem fassaden mr frosch bereiten sie das gericht zu ist doch niemand mit da trinkt das letzte abendessen zu mr old es wird nacht wird nacht und und Untertitelung des ZDF, 2020